So, Spider-Man, richtig machen. Oder soll ich heute Captain America nehmen? Hä? Es hat geklingelt! Meine Freunde sind da! Oh! Ja, ich komm ja schon! Hä? Was ist das denn hier? Ist das etwa die Zeitung? Hallo? Hm, lass mal reinschauen, was die Zeitung heute uns zu sagen hat. Zeitung! Achtung! Ein Wolfsrudel befindet sich in der Nähe. Haltet euch fern! Sie beißen und sind gefährlich. Zeitung! Hä? Leute, habt ihr das gehört? Ein Wolfsrudel scheint ausgebrochen zu sein und sie befinden sich in unserer Nähe? Das muss ich unbedingt meinen Freunden sagen! Ich hoffe, sie haben die Zeitung auch gelesen! Lest ihr eigentlich Zeitung? Also, ab und zu lege ich sich mal die Zeitung von meinem Papa. Aber nicht immer. Odi! Odi! Jimmy ist da! Odi, Jimmy, komm schnell raus! Das wüsst du, ich bin beschäftigt! Ich bin am Ende! Oh, Mann! Odi, Jim, warum seid ihr denn beschäftigt? Das ist mal... Egal! Komm jetzt her! Okay, Leute! Fertig! Habt ihr die Zeitung schon gelesen? Nicht die Zeitung! Ach, du meinst die! Haha, die hab ich immer für Dings... Äh, naja, für Toilettenpapier benutzt. Wie? Und du, Odi? Auch nicht? Mann, Jimmy, in der Zeitung stand, dass ein Wolfsrudel ausgebrochen ist und dass sie sich in der Nähe befinden. Aber seit wann liest du denn eigentlich eine Zeitung, Brexit? Das ist doch nur für Erwachsene! Ja! Ist bald, aber es hat geklingelt und ich dachte, ihr seid das! Und dann hab ich die Tür aufgemacht und dann war das da vorne! Äh, naja, ja, und dort steht, dass ein Wolfsrudel ausgebrochen ist und das... Achtung, Wolfsrudel! Du hast recht, Brixi! Oh, was sollen wir denn jetzt machen? Weiß ich nicht, aber... aber wir müssen vorsichtig sein! Warte mal, wenn das ein Wolfsrudel ist, dann sind da bestimmt doch kleine Babywölfe! Babywölfe? Ja, die sind voll süß, können wir bitte da hin! Willst du die züchten? Ja, bitte, 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 bitte! Leute, ich weiß nicht, ob das so gut ist! Babywölfe, Odi! Vielleicht können wir die ja finden und wenn wir sie dann zurückbringen, kriegen wir vielleicht eine Finderbelohnung! Und dann werden die nett, weil die uns mögen! Wir sollten das... wir sollten als Erster die Wölfe finden und dann retten wir die Stadt und vielleicht kriegen wir vom Bürgermeister Diamanten! Genau! Das wäre voll cool! Was kann uns denn schon ein Wolfsrudelwiesn zu dritt? Stimmt! Genau, also zwei und halb, Odi ist ja eine halbe Portion! Du bist der Kleine hier, Jimmy! Na und? Ich bin trotzdem stärker! Wo sind die Wölfe? Weiß ich nicht, Leute! Ich würde sagen, wir treffen uns fünf Minuten! Holt euch alle Jagdausrüstung, okay? Na gut, Brexi, los geht's! Bis gleich, tschüss! Tschüss! Leute, meine Freunde und ich versuchen jetzt das Wolfsrudel zusammen zu finden und als Erster einzeln! zu sperren! Und dann kriegen wir vielleicht eine Belohnung vom Bürgermeister! Und wenn du uns dabei helfen möchtest, auch in der Stadt zu spielen, dann lass auf jeden Fall ein Like und ein Abo da! Das wäre mega cool! Und vielleicht suche ich mir einen von euch aus! Der ist dann in unserer Stadt und kann hier einziehen! Das wäre super cool! Aber jetzt muss ich mich erstmal umziehen! Ich brauche eine Dia-Rüstung und ein Schwert! So, Freunde, schaut mal! Ich habe eine komplette Diamanten-Rüstung angezogen! Ich habe sogar ein Dia-Schwert! Aber für eine Axt hat es leider nicht gereicht! Deswegen habe ich nur eine Steinachs dabei! Aber eigentlich müsste alles funktionieren! Wo sind meine Freunde eigentlich? Odi! Timmy! Hey, Bexy! Wo seid ihr denn? Wo bin ich? Du blöd, Mann! Wie siehst du denn aus? Okay, du hast eine Lederausrüstung! Sehr gut, Odi! Was hast du denn da an? Das ist ein Kettenanzug, falls die beißen! Ihr habt recht! Naja, Leute, ich habe eine Dia-Ausrüstung! Fast! Fool! Also, bis auf die Steinaxt! Aber ist nicht schlimm! Das sieht voll cool aus, Briggs, hier! Wo sind jetzt die Wölfe? Wo könnten Wölfe sein? Du hast recht! Im Wald! Ja! Kommt mit! Wir müssen unbedingt zum Wald! Und wenn wir da einen Wolf sehen, können wir ihn ja vielleicht fragen! Und vielleicht sehen wir auch Wolfsspuren! Oh, das wäre voll cool! Aber wir müssen wirklich... Wir dürfen uns nicht verlassen! Und es wird schon... Es wird schon dunkel! Das ist kein Wolf, das ist ein Rentier! Du blöd, Mann! Das ist deine Deko! Das stimmt! Das ist Rudolf! Es wird dunkel! Und ihr wisst, was bei Vollmond passiert! Ich habe einen Wolf! Schau mal da oben! Briggs hier! Das ist eine Kuh! Nein, das ist auch eine Kuh! Schwert da in die Hand, Leute! Okay! Schaut nach Wolfsspuren! Die müssen auf dem Boden so kleine Pfötchen haben! Und wenn ihr sie findet, müsst ihr mir Bescheid geben! Wir dürfen uns nicht verlieren, okay? Aber wir müssen uns ein bisschen trennen, oder nicht? Ja, aber nicht so weit! Wir müssen uns noch hören... Vollmond! Na gut! Schau mal! Es ist Vollmond! Hä? Wo sind meine Freunde denn jetzt hin? Okay! Jimmy, pass auf dich auf! Ja, ich finde schon den Weg! So, Leute! Wir müssen wirklich vorsichtig sein! Und ich brauche jetzt auch deine Hilfe! Seht ihr hier irgendwo einen Wolfsrudel? Müsst ihr mir sofort in den Kommentaren Bescheid geben! Ich muss hier unbedingt vorsichtig sein! Vielleicht finden wir hier wirklich Pfötchen! Und dann könnten wir das komplette Rudel einfangen! Und wenn wir es eingefangen haben, können wir die Stadt sicher machen! Und dann belohnt uns der Bürgermeister mit ganz viel Diamanten! So, ich muss mal hier schauen! Vielleicht ist... Oh! Habt ihr das gehört? Oh nein! Das war doch ein Wolf! Der hat gerade... Uuuuh! ...gemacht! Oh! Ich glaube, das kam von hier drüben! Nein! Wir müssen vorsichtig sein! Ich muss jetzt hier einmal kurz runterspringen! Und... Bung! Ah! Aua! Das hat wehgetan! Das kam doch von hier drüben irgendwo! Schon wieder! Aua! Nein, nein, nein! Ich muss da hoch! So! Das kam doch von hier irgendwo! Ah! Schon wieder! Odi! Odi! Jimmy! Wo seid ihr? Oh! Oh! Hier ist ein Wolfsrudel! Odi! Odi! Jimmy, komm! Ich bin hier unten! Ah! Wo sind meine Freunde? dahin! Jimmy! Odi! Oh Mann, die sind weg! Aber das Wolfsrudel scheint gefangen zu sein! Hä? Die sind gefangen! Aber wer hat sie denn gefangen? Die sind beim verbotenen Friedhof! Oh nein! Die Armen sind hier gefangen! Ich muss sie doch irgendwie befreien! Oh nein! Leute, eigentlich wollte ich sie auch festnehmen! Aber schaut mal wie! Die wurden einfach eingesperrt von irgendjemandem! Okay! Ich hole euch hier raus, Leute! Kommt! Ihr müsst hier raus! Los! Kommt schon! Ihr seid frei! Geht! Das sind noch kleine Babys! Die können nicht gefangen genommen werden! Habt ihr das gehört? Oh! Ihr seid frei! Los! Geht! Verschwindet! Aber kommt bloß nicht in unsere Stadt! Oh! Ich muss schnell meine Freunde finden! Aber so! Schnell hier! Hä? Nein! 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 Du sollst gehen! Du kannst nicht mitkommen! Wenn meine Freunde dich sehen, werden sie dich auch einsperren! Oh nein! Verschwinde! Geh weg, du blöder Wolf! Oh! Nein! Oh Mann! Ich weiß! Leute, ich glaube, der braucht jemanden, weil der Angst hat! Aber ich kann ihn nicht mitnehmen! Immerhin ist das ein Wolf! Wolf, du musst jetzt zuhören! Du musst jetzt verschwinden, okay? Ganz weit weg! Du bist frei! Komm bloß nicht... Nein! Doch, du... Oh! Was ist das für ein Gejaule? Wolf, du musst jetzt verschwinden! Vertrau mir! Du bist in meiner Stadt nicht sicher! Der Bürgermeister wird dich jagen! Nein! Ich... Ich... Geh bitte! Geh! Du musst jetzt gehen! Du musst gehen! Geh! Hä? Was war das? Geh weg! Ich hab'n... Ich hab'n Diamantenschwert, du blöder Werwolf! Schwinde! Lass mich in Ruhe! Äh! Aaaaaaah! Frack dir! Frack dir! Frack dir! Mach' dir Augen auf! Hä? Häh! Mach' dir Augen auf! Hä? 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 Was ist passiert? Wo ist der Wolf? Wo ist der Wolf? Wo ist der Wolf? Du hast da ein bisschen Blut an deinem... Hals? An meinem Hals? An meinem Hals? An meinem Hals? Ah, nur ein bisschen, aber lass es vielleicht doch mal binhade. Oh, Leute! Ich hab'n'n Werwolf gesehen und der hat mich angegriffen! Häh? Ah? Einen Werwolf? Und ich... Ich... Ich hab' die kleinen Babywölfe befreit, weil die gefangen waren. Und dann kam ein böser Werwolf und... Und der ist richtig nah an mich rangekommen! Ich hab' versucht zu kämpfen! Du Blickmann! Was denn? Mann, wir wollten doch die Wölfe einsperren und dann die... die Belohnung dafür kassieren! Aber... Ist so! Die war'n schon eingesperrt! Ein böser Werwolf hat sie eingesperrt! Und dann hab' ich mit ihm so gekämpft! Pam! 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 Und dann hat er... Oh! Dann kann ich mich nicht mehr erinnern! Hä? Braxy, wir haben dich voll geblutet im Wald gefunden! Das ist... Vielleicht hat er dich gebissen! Hm! Ich fühl' mich auch nicht so gut! Ich glaub', ich sollte nach Hause gehen! Ja, ich bin wieder nach Hause! Komm schon, Braxy! Spielen wir morgen wieder Fortnite? Oh, lass mal Fortnite in Ruhe! Lass mich in Ruhe einfach! Mann, tu mal nicht so! Nur weil du von einem Wolf gebissen wurdest, da passiert eh nix! Jetzt geh' nach Hause, Jimmy, du Blödmann! Du musst mal ein bisschen wetter sein! Nö! Es werden täglich Menschen von Werwolfen gebissen! Und Braxy stellt sich nicht so an! Hm... Ich... Ich sollte nach Hause gehen, Odie! Hast du noch irgendwas, Braxy? Hm-mm! Passt einfach auf euch auf! Der böse Werwolf war, glaub' ich, sehr, sehr nah an unserer Stadt! Na gut! Bis morgen! Bis morgen! Tschüss! Oh Mann, Leute! Mir geht's gar nicht gut! Mir ist richtig schwindelig! Ich sollte mal meinen Lamantenanzug ausziehen und mich hinlegen! Oh Mann, das hat echt weh getan! Ich kann mich aber nichts mehr erinnern! Was ist denn passiert? Wisst ihr eigentlich, was passiert ist? Wenn du weißt, was passiert ist, dann musst du das Video unbedingt bis zum Schluss anschauen! Okay? Dann musst du mir am Ende nämlich verraten, was passiert ist! Ich sollte mich hinlegen! Ich hab' irgendwie Kopfschmerzen! Oh Mann, was ist das? Warum höre ich die ganze Zeit Wölfe? Oh, irgendwas stimmt mit mir nicht, aber es ist dunkel und ich fühle mich so fit! Ah! Ich fühle mich so stark! Schläft Odi schon? Odi! Meine Comics sind die besten! Odi, mach die Tür auf! Da war der Zweer Wolf! Oh Mann! Odi, ich bin's! Brixi, mach die Tür auf. Hallo, Brixi. Werwolf! Nein, nein. Odi, ich bin's. Brixi, du Trottel. Da ist ein Werwolf vor meiner Tür. Odi, ich bin kein Werwolf. Ich bin's, Brixi. Odi, bleib doch mal stehen. Brixi, Brixi, Brixi. Was hat der? Wirklich, wirklich. Brixi, mach die Tür auf. Odi, ich stehe hinter dir, du Trottel. Werwolf, Timmy. Mann, bleib doch mal stehen. Was ist denn hier für ein blöder Lärm? Ich will abschlafen. Timmy, Werwolf hinter mir. Werwolf? Werwolf. Mach die Tür zu, komm schon. Timmy, Odi, ich bin's. Mach doch mal die Tür auf. Geh weg, du blöder Werwolf! Ich bin kein Werwolf, ich bin Braxy, wieso sagt ihr, ich bin ein Werwolf? Der sieht voll gruselig aus, Udi, und der sabbert auch richtig im Mund. Ja, und er macht die ganze Zeit... Ja, wie so ein Werwolf. Nein, hä? Wartet mal. Leute, was warum? Warum sehe ich aus wie ein gelber Wolf? Und warum habe ich... Nein, 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 nein. Ich bin ein... Ich weiß, wir müssen ihn zur Strecke bringen, Jimmy. Nein, nein, warte. Hier, hier, ich bin Braxy. Was ist der böse Werwolf, Braxy? Warte, 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 warte. Der hat gerade ein Bruch hingeworfen. Warte. Geh weg, Werwolf, oder wir verprügeln dich. Geh nach hinten. Ich bin's, ihr Trottel, Braxy. Hier, mein Diaschwert. Er hat ein Diaschwert gedroppt. Cool, meins. Warte, warte, warte. Warte, Jimmy. Er hat die Zeit von Braxy dabei gehabt. Und das Diaschwert war von Braxy. Braxy aufgegessen. Du blöder Werwolf. Du hast Braxy erledigt. Jimmy, warte. Ich bin doch ein gelber Werwolf. Er ist ein gelber Werwolf. Ich glaube, der ist Braxy. Wenn du Braxy bist, mach, sitz. Sitz. Hier. Schau, schau, Jimmy, schau. Das ist unser bester Freund. Wenn du wirklich Braxy bist, dann bau mir einen Schneemann. Komm, kommt mit. Ich war genau hier. Erinnert ihr euch noch? Hier. Hier drüben. Er zeigt uns, wo er war. Er zeigt uns, wo er war. Das ist Braxy, Jimmy. Genau. Aber wie konnte das passieren? Ich weiß doch auch nicht. Und warum können wir ihn nicht verstehen? Wir müssen in den Wald. Au. Au. Wir müssen uns was zeigen. Los, hinterher. Genau. Der will in den Wald, wo der Werwolf ist. Leute, wir müssen den Werwolf erledigen. Und wenn wir den... Das Buch. Ich brauche das Buch. Gib mir das Buch. Das Buch. Au. Au. Was will der von mir? Das Buch. Der will irgendwas. Keine Ahnung. Vielleicht will er eine Zeitung. Ich muss hier reinschreiben. Leute, wartet mal. Das ist die Idee. Freunde, ich bin's, Braxy. Ich bin ein Werwolf geworden, weil ich gebissen worden bin. Wir müssen den bösen Werwolf so erledigen. Vielleicht bin ich dann wieder Braxy. Hilf mir. Hier. Kommt schon. Lest es. Lest es. Das ist das Bies. Freunde, ich bin's, Braxy. So wie ich's gesagt hab, Jimmy. Ich bin ein Werwolf geworden, weil ich gebissen worden bin. Wir müssen den bösen Werwolf erledigen. Vielleicht bin ich dann wieder... Braxy, hilf mir. Oh, Jimmy, hast du das gehört? Ich hab das gehört und das hört sich gar nicht gut an. Kommt schon. Hör auf nicht. Aber ich bin doch euer Freund. Hör auf, Braxy, nicht wein. Wir helfen dir, stimmt's, Jimmy? Ja, wir geben unser Bestes. Genau. Ich hab ihn hier gefunden irgendwo. Ihr müsst mitkommen. Er folgt mich einfach. Hier drüben hab ich die ganzen Wölfe gefunden. Die Wölfenbabys. Und dann muss er auch... Geht dahin, Jimmy. Hier. Hier. Zum Friedhof. Er will zum Grab von sich. Vielleicht will er Braxy uns reichen. Hier sind ganz viele Wölfe, Jimmy. Hier. Geh da nicht weiter. Sie machen nichts, Jimmy. Oh, Mann, Leute. Hier sind ganz viele Wölfe. Oh, Mann, Braxy, es tut mir leid. Ich hab Angst. Tschüss. Oh, nee. Nein, Jimmy, nicht du auch noch. Jimmy, warte. Jimmy. Was willst du? Schlagen. Wir müssen schlagen und kämpfen. Gegen wen? Gegen wen? Ich sehe hier nur kleine Wölfe. So Wölfen. Die sind voll cool. Hör auf zu schreien, du Wehrwolf. Du erschreckst die Wölfen. Ich muss ihn rufen. Ich muss den bösen Wehrwolf rufen. Au. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, hier mit den ganzen Wölfen zu sein. Was ist, wenn ich aufgebissen werde? Vielleicht sollte ich einfach gehen. Genau. Nein, 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 Jimmy. Du sollst hierbleiben. Jimmy, wir müssen kämpfen. Bitte. Du bist mein bester Freund. Schön, Black Sea. Ich weiß, dass es so ist, dass ich eben... Hä? Was ist das denn? Das hört sich gar nicht gut an. Habt ihr das gehört, Freunde? Ich habe den bösen Wölfe hier. Au. Au, au, au. Wo ist der? Das ist mir hier ein richtiges Hund, Digga-Jaule. Wo ist denn das hier? Meine Kinder. Der hat euch befreit. Au, au, au. Ist der? Ich sehe ihn nicht. Versteck dich. Versteck dich. Versteck dich einfach. Hallo, kleiner gelber Wolf. Von wo redest du? Über dir. Da oben, da oben, da oben. Wieso hast du mich gebissen? Du gehörst jetzt zu mir. Ich gehöre nicht zu dir. Ich bin Braxy. Du Blödmann. Pass auf, nicht, dass er dich beißt. Braxy, du bist jetzt mein Sohn. Du musst mich zurückverwandeln. Sofort. Das geht nicht. Wieso geht das nicht? Ein Biss eines Wehrwolfs bleibt für immer ein Biss. Bis der Vater gestorben ist. Und du willst mich doch nicht täten, oder? Braxy? Ach, doch, natürlich. Komm her, du Blödmann. Jimmy, hilf mir auf. Braxy. Ich bin erledigt. Bin ich wieder normal? Bin ich wieder? Oh, mir ist schwindelig. Braxy, wach auf. Hä? Braxy. 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 Du hast wieder Farbe. Verstehst du mich? Ja, du hast noch ein bisschen Saber im Mund. Dabei hast du ja immer. Leute, ich bin wieder Braxy. Boah, wir müssen schleunigst hier weg. Aber, wenn dir das Video gefallen hat und du mal zusammen mit mir und meinen Freunden spielen möchtest, dann lass auf jeden Fall erstmal ein Like und ein Abo da. Das ist kostenlos. Und check meine Freunde ab. Odi und Jimmy. Die sind unten in der Videobeschreibung und machen täglich coole Videos. Die müsst ihr unbedingt abchecken. Wir müssen alle Videos anschauen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020